Ja, hallo ihr Lieben, Rainer Heimann hier. Aus aktuellem Anlass möchte ich euch dieses Video schicken. Und zwar habe ich von manchen Leuten die Anfrage bekommen, ob es mir gut geht, wo ich bin, was ich mache und ob ich noch da bin. Ja, ich mache das Video, weil ich noch da bin. Leute, ich möchte euch erklären, zwei Dinge sind es. Das habe ich am Anfang des Jahres oder Ende letztes Jahr schon mal gesagt, aber viele haben es anscheinend vergessen. Erstens mal mache ich die Ausbildung zum Mindset Coach beim Christian Bischof über 20 Monate. Und da habe ich leider sehr oft Montagabends um 19 bis 22 Uhr eine Live Session. Nicht immer jetzt zum Beispiel die nächsten drei, zwei Wochen nicht, aber sehr oft montags, leider. Es ist auch mal dienstags, aber eben oft montags. Am Anfang des Jahres war es immer montags. Deshalb konnte ich beim Team Meeting nicht dabei sein. Ja, aber im Hintergrund bin ich immer dabei, bei den Führungskräftetreffen und so weiter bin ich immer dabei. Ich konnte nur beim Team Meeting nicht dabei sein, weil ich dort die Ausbildung mache. Die geht über 20 Monate. Ich hoffe, dass es nicht immer Montagabends ist, sodass ich beim Team Meeting dabei sein kann. Aber es ist auch eben mal Montagabends. Und es ist mir wichtig, diese Ausbildung kostet auch richtig viel Geld. Und es bringt mir was und es bringt nachher allen in unserem Team was. Dann das Zweite ist, ich habe mich vor drei Wochen, ihr seht, ich habe keine Brille mehr, ich habe mich vor drei Wochen an den Augen operieren lassen in Prag bei einem Spezialisten für Augenoperationen. Und zwar habe ich mir meine natürliche Linsen, hat man mir rausgenommen und man hat mir künstliche Linsenimplantate eingesetzt, Multifokallinsen, mit denen ich von 20 Zentimeter bis unendlich sehe, also bis unendlich, bis in die Entfernung alles scharf sehe. Das braucht aber Zeit. Das heißt, ich bin gestern vor drei Wochen am linken Auge operiert worden, am Freitag vor drei Wochen habe mir das rechte Auge operiert. Also es ist gerade mal so circa drei Wochen her und ich sehe es schon recht gut. Aber das Thema ist, wenn ich hier am Computer sitze und früher bin ich ja oft den ganzen Tag am Computer gesessen. Wenn ich hier am Computer sitze, dann adaptiert mein Gehirn nur diese Entfernung. Das heißt, dass ich dann zwar irgendwann oder jetzt sehe ich schon auf diese Entfernung scharf, aber dass ich dann nur auf diese Entfernung scharf sehe. Die anderen Entfernungen werden dann nicht gut. Das heißt, ich darf nicht oder ich sollte nicht am Computer sitzen den ganzen Tag. Schon wenn ich eine Stunde am Computer sitze, merke ich das. Ja, wenn ich Videos mache, Präsentationen mache, mal einen Zoom-Call mache, dann merke ich das, dann wird die Entfernung wieder schlechter. Das Gehirn braucht ungefähr drei Monate, bis es die ganzen Entfernungen adaptiert hat. Und je weniger ich im Computer arbeite, je weniger vor dem Bildschirm sitze, vor dem Handy sitze, sondern einfach im alltäglichen Leben bin mit Telefonieren, weil ihr könnt mich jederzeit anrufen, telefonieren, rausgehen, was weiß ich, die ganzen alltäglichen Dinge machen. Kontakte machen kann ich auch, aber ich kann nicht am Computer sitzen die ganze Zeit, weil sonst werden die Augen nicht gut. Und die Augen sind eines der wichtigsten Organe, die wir haben, mit denen nehmen wir das meiste wahr. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich da auch gut regeneriere und da bitte ich euch um euer Verständnis. Dennoch, ihr könnt mir jederzeit schreiben auf WhatsApp, auf Telegram, jederzeit. Da bin ich immer online, das sehe ich immer, aber ich sitze nicht ständig vor dem Computer. Wir können gerne Dreier-Calls vereinbaren, wir können gerne Meetings vereinbaren, was immer ihr braucht oder Fragen habt. Schreibt es rein, ich kann es eure Sprachnachrichten beantworten. Also ich bin da, ich bin nicht weg. Ich habe einfach ein Reset gemacht, meine Augen. Ich bin gerade am Fasten. Ich bin heute den zehnten Tag am Fasten, also komplett Fasten, ohne irgendwas zu essen. Ich trinke nur Wasser und Tee und manchmal ein bisschen Brühe, also Gemüsebrühe, aber ohne irgendwas drin, also nur Flüssigkeiten. Auch mal einfach an körperlichen Gesundheiten Reset zu machen, damit ich lange gesund bleibe und lange fit bin und lange mit euch zusammenarbeiten kann, dass wir lange Spaß haben. Genau darum geht es in unserem Job, um Gesundheit. Und da gehört auch mal was dazu, was anderes, wie nur die Zinzino-Produkte zu nehmen. Da gehören auch noch andere Dinge dazu. Und für mich ist da eins, Fasten tut mir gut, ja. Ich habe schon lange nicht mehr gefastet, schon viele Jahre nicht mehr. Und jetzt mache ich es mal wieder und es tut mir sehr, sehr gut, weil man das ganze viszerale Fett verbrennt, wenn man lang genug fastet. In drei, vier, fünf Tagen ist es nicht passiert. Da muss man schon zehn, 15, 20 Tage fasten. Und ja, so geht es. Ich bin da und alles ist gut. Wir haben unsere Ziele nach wie vor und wir werden unsere Ziele auch nach wie vor verfolgen. Als Team und nochmal seid dabei. Und jetzt noch eine Sache an euch. Bitte überlegt euch mal, warum macht ihr Zinzino? Warum? Was ist euer großes Warum? Wo ist euer brennendes Verlangen? Was wollt ihr im Leben unbedingt erreichen? Womit weicht ihr nicht ab? Wofür würdet ihr alles tun? Wofür würdet ihr wirklich alles tun, den ganzen Tag? Welches Ziel habt ihr, das ihr mit Zinzino erreichen wollt? Das braucht ihr, Leute. Wenn ihr kein brennendes Verlangen habt und kein riesengroßes Warum, das euch jeden Tag umtreibt, dann sage ich euch eins, vergesst es einfach mit dem großen Geschäft. Ihr braucht ein großes Warum. Und wenn ihr dieses Warum habt, dann ist das Wie einfach. Dann tut das Wie nicht mehr weh. Wenn das Warum größer ist als euer Wie, dann tut das Wie nicht mehr weh. In diesem Sinne, ich bin da, schreibt mir, ruf mich an, macht mir Sprachnachrichten. Ich bin da nach wie vor und freue mich, bald wieder komplett zurück zu sein, fit und voller Mut und Power. Und dann geht es richtig los. Wie gesagt, ich bin nicht weg. Ich bin da. Euer Rainer Heimann. Ciao. So. Untertitelung des ZDF, 2020